Mein Name ist Martin Lübber. Ich führe mit meiner Frau und meinen Eltern einen Milchviehbetrieb hier in Niedersachsen in der Nähe von Hannover. Derzeit haben wir 430 Milchkühe. Wir haben vor zwei Jahren einen großen Schritt gemacht, haben im Außenbereich komplett neu gebaut mit Liegehalle und Melkhaus. Wir hatten vorher 250 Kühe innerorts und da war eine Erweiterung nicht möglich. Dadurch haben wir uns für diesen Schritt entschieden und haben neben dem Kuhsteil hier noch eine Biogasanlage laufen. Wir melken jetzt am neuen Standort 370 Kühe etwa. Der Rest steht zu Hause auf den alten Betrieb, die Trockensteher. Da finden auch die Abkalbungen statt. Die Tiere werden zu Hause angemolken und kommen dann hier rüber auf den neuen Betrieb. Damals, als ich mit meiner Frau, meine Familie, meinen Eltern rumgefahren bin, wir uns Kaussells angeguckt haben, verschiedene Hersteller. Wir haben uns auch andere Melksysteme auch noch angesehen. Und war mit meiner Frau dann noch mal alleine los nach Irland, um Kaussell zu sehen, war auch für sie ganz schnell klar, wenn neues Melksystem, dann der Hymaster und dann das Außenmelker Kaussell. Wir sind heute noch der Felsenfest überzeugt, dass es der richtige Schritt war und das richtige System für uns ist. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020